Na, gar nicht mal so schlecht. Stopp, 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 stopp! Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Sofahnvia. Ich habe mal wieder was schönes gefunden und zwar den RC Pilot Trainer. Das ist ein Modellflugsimulator. Das ist eine Demo-Version, obwohl ich jetzt nicht weiß was hier Demo ist, also es funktioniert alles. Laut Entwickler kann man auch, also wer ein Echtmodell fliegt, per Plutus seine Fernbedienung verbinden und kann auch mit dem fliegen. Ich nehme jetzt hier die Controller und ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, wie das hier so funktioniert. Also ich bin noch nicht so firm drin, also hier was mit dem Modellfliegen zu tun hat. Ich habe da schon ein paar Mal abgestürzt. Schönbruder, Salbenbruder, versuchen wir mal. Stopp, 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 stopp! Eieieiei. Na, es gibt ja einen Start. Egal. Und das ist hier eine 360D-Grafik. Gar nicht mal so schlecht. Und dann spawnt er gleich wieder hier hin. Das macht schon Spaß. So, Übung macht den Meister. Ich hoffe mal, er kennt ihn auf der Entfernung in dem Video. Ich habe eine andere Farbe genommen. Ein grünes Buchzeug, grüne Wiese. Ein grünes Buchzeug. Und dann ist es auch ein anderer Besuch. Tuch, 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 tuch. Oh, ungewollte Landung. Auf jeden Fall ist es nicht kaputt gegangen. Stopp, 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 stopp. Oh, ungewollte Landung. Also das müsst ihr echt mal ausprobieren. Das fetzt. Komm, Ronald. Cool. Das fetzt. 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 fetzt. Das 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 fetzt. So. Das rum in der Öffnung. Geht auch. Vielleicht mal draußen spielen auf einer großen Wiese. So, in diesem Sinne, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr das auch mal ausprobiert habt, schreibt mal in die Kommentare was ihr davon haltet. Vielleicht sind ja da auch mal echte Modellflugpiloten dabei. Und die können mal so ein Feedback geben, wie realistisch das rüberkommt. Okay, in diesem Sinne, macht's gut.